So, jetzt geht's weiter mit unserer Wachhund-Mission, Tag 2. Ich bin jetzt bereit, oder? Dürfen wir, ja. Ja, von mir aus ja. Stoppu läuft auch. B ist alle. Oh, da nimmt niemand teil. Ja, da haben sie. Fresh Dumble. Level 0, okay. Das macht nichts. Er weiß, weiß der, wie das geht? Ja. Okay, dann ist er. Er ist sogar im TS drin. Achso, wusste ich nicht. Dann kann er doch mal was sagen. Er redet ja nicht. Er ist schüchtern. Achso, ich auch. Oh. Und wir haben die Behinderten spawnen. Ich kann mich hier noch gut dran erinnern, Henry. Bleibt Ena hier hinter stehen und schmeißt schon mal die Tasche weiter? Jetzt mal gucken. Taschen werden schon weggetragen. Das kannst du doch wohl nicht geben hier. Unser schönes Koks. Ach, du hast sie schon weggenommen. Huhn? Ich hab mir eine Kiste schon genommen. Aua. 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 Wie schmeißt man... Halt! Wie schmeißt man über den Zaun? Mh, hochziehen und G drücken. Eigentlich ist es nicht so schlimm. Wir müssen uns jetzt hier so beeilen. Rüber und jetzt die Tasche und in den Haus rein. Find some cover in that warehouse. Macht Spaß, ja. Nee, komm einfach... Nee, lass das bitte schmeißen sein. Nimm die Tasche und komm mit. So, ich bring jetzt gerade eine Tasche weg. Und ich glaube, ich hab einen Bauarbeiter erwischt. War so, klar. Ja, der ist da so vor mir rumgehüpft. Wie so ein kleiner Hüpfer. Da schmeißt du die hin. Komm, schmeißt du die da hin. Da ist ein Black Hawk. Oh. Woll, den hab ich ja noch nie gesehen. Boah, Hilfe. Von wo? Hier hinter. Deck. Das ist noch einer. Pass auf, pass auf. Ich lade gerade nach. Okay, haben wir. Und jetzt laufen. Die Taschen, die nimmt man mit nach oben. Da lässt sich's leichter treffen. Naja. Von ein paar Mal mit euch gespielt, also. Und das Boot kann von 7 und 9 kommen. Von 7 und 9. Und 8. Nee, 8 nicht. Nee? 8 ist besetzt. Wenn der fette Frachter hier vorsteht, dann kommt hier kein Boot. Ah, ergibt Sinn irgendwie. Ja. Oh, oh. Da kennt sich aber jemand gut aus. Ich hoffe 9. Ich hoffe auch 9. 9 wäre am einfachsten. Hier ist aber ein dicker Frachter, ne? Mit Fluchtautos. Schön wär's. Oh, ich hab schon wieder keine... Was ist denn hier los? Total erfaschen. Ach, das war einer von den... Oh! Am besten hier oben bleiben und runterschießen, oder? Runterschießen. Runterschießen. Der wäre wohl schlau, ne? Einer muss hier an der Tür da oben kommen. Ja, oder so. Oh! Halt doch mal still! So, ist gut. Die explodieren schnell als die Fockengott. Naja. Ich hab nicht mehr für Muni. Wo habt ihr die dahinter? Kein Problem. Ach, das ist eine Bombe. Da liegt Muni. Jo. Dann kann ich auch die Arzttasche hier hinlegen, ne? Ja. So, da liegen jetzt ein paar Aspirin, ne? Das ist gut, das ist gut. Oh, das freu. Du brauchst alles. Das ist aber schön ruhig jetzt hier. Oh, jetzt die Welle gerade vorbei. Ähm, in dem Boot, was jetzt gleich kommt, da passen nur vier Taschen da nur rein. Das ist ja fies. Also jeder nimmt eine Tasche, wirft rein und verteilt es wieder. Ähm, wir können es auch leichter machen, kommt drauf an. Wir gucken, wo das Boot anhält. Guck doch mal vor, wenn ich schieße. Affe. Hm. Piu. Wieso können wir eigentlich nicht das Auto nehmen und abhauen? Ja. Jojo, lass dir Zeit. Oh, hier kommen, hier kommen. Draußen sind Weißhelme. Wo ist das Boot? Pass auf, pass auf, pass auf, da vorn. Das Boot ist da, haben sie doch gerade gesagt. Sind die doof? Ich habe hier aber keine Markierung. Dock 9, ja. 9. Einer geht runter, alle werfen runter. Wo ist 9? Ach da, Dock 9, stopp, hier kommen aber jetzt Gegner. Ich würde jetzt noch nicht runter gehen. Ja, ihr müsst einfach nur auf dem Dach bleiben. Okay, ich gehe runter. Ich gehe schon. Du gehst. Einfach ihn runterwerfen. Drei Taschen nur. Ach so, ich habe ja gar keine. Wie viele Taschen sind jetzt unten? Zwei. Einer noch runterwerfen, da respekt oben. Ich gucke lieber raus. Ja, ich bin gerade down. Oh ja, scheiße. Ich komme. Die anderen einfach von oben runter schießen. Also, ihr schießt ein bisschen runter und haltet Deckung. Bitte bei, ich sehe schon nicht mehr. Dankeschön. Da kommt ein Schild zu euch. Geh du hoch, ich fährst rein. Okay. Ja, eine Tasche fehlt hier noch. Echt? Schilde, zwei Schilde kommen zu euch. Wir brauchen noch eine Tasche. Warte, ich muss gerade einen heilen. Dann lass schnell hochrennen, Henry. Ja, eine Tasche aber noch. Ja, lass schnell hochrennen. Oh, Waffen ist alle. Scheiße, scheiße, scheiße. Hör auf, mich zu schießen. Das ist nicht gut. Ja, ich renne hoch, Henry. Ja, ja, warte. Ich komme gleich mal. Oh. Muss nachladen. Pass auf, Henry. In deinem Rücken. Überleben fuhr ich hier ganz gut, nur die Tasche wäre hier ganz gut, ne? Ja, ich komme schon. Wer hat denn daneben geworfen? Du? Ich, ja. Ich geh wieder zu Boa, verdammt. Ich bin zu gut. Aber ich krieg die Schildtypen weg. Noch nicht. Doch. Was ist das noch da? Danke, Henry, wieder mal. Du bist mein Lebensretter. Ja, das weiß ich nicht, ist das noch. Hier unten ist ein Schild, passt auf. Soll ich euch eine Tasche runterwerfen? Nee, 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 haben wir. Passt. Wir kommen wieder hoch. Ach so, jetzt kommt ein neues Boot, ne? Ja, dauert aber noch. Ja, ja. So, wo liegt der? Ja, ich helfe Ihnen schon. Und wo wird denn geschossen hier? Ach, da. Vier Taschen noch? Oder wurden einfach nur drei runtergeworfen von der Seine? Nee, eigentlich nicht. Also, ich habe keinen runtergeworfen. Ich hätte aber auch gefragt, ob ich noch einen runterwerfen soll. Nein, ist ja jetzt egal, ist ja jetzt nicht so drastisch. Unrelevant. Müssen wir jetzt mal kurz durchgucken, ob wir die nächste Runde überstehen. Oh, das Boot warten dauert noch ein bisschen. Guck mal, die kommen da vom Dings von da. Ja, da liegt so ein Heilding, heilt euch mal. Ich glaube, das Boot kommt. Oh, da kommt ein Juggernaut. Wo? Also, so ein Bulldozer. Wo? Das kam gerade da drüben vom Trachter runter. Ja, ich sehe ihn. Gleich die Treppe hoch. Oder? Doch, nee. Aber der Fluchtdecke ist gleich hier oben. Also, wenn es krassisch wird, einfach ein Flucht drin. Genau. Der Bulldozer ist in diesem kleinen Räumchen. Der ist hier unten, ne? Ja, das bringt nichts. Er ist genau unter uns. Aber jetzt kommt er hoch. Echt? Ja, aber ich ziehe einfach jetzt hier hin. So, der ist weg. Oh, da kommen sie von... Die flieg lang. Die sind von draußen. Die Ausrüstung und die Ausbildung, die in die Einheiten hier stecken. Henry, hilfst du ihm mal überhaupt? Ja, natürlich. Ja, dann sag das doch und erzähl nicht einfach irgendwas. Ja, aber ich möchte mal hier kurz was anmerken. Die kommen von draußen. Also, diese Ausrüstung und so. Und diese Einheiten, die die hier die ganze Zeit verlieren, ne? Für das bisschen Geld, was wir hier klauen. Das ist halt ein Spiel. Das grenziert sich doch schon gar nicht. Ja, das ist jetzt auch... Aber man kann ja auch eigentlich nicht spielen lassen, ne? Wie machen wir das jetzt so? Ja, einer muss halt... Ja, aber wie dürfen die alle in der Szene rausstehen? Ja, ihr müsst mal auf dem Balkon hier aufräumen. Ich bin gleich down. Jetzt bin ich down. Ich auch. Ja, vielleicht ein bisschen weniger philosophieren. Oh, meine Macke ist gut. Ich bin im Knast. Oh, dann war es das wohl. Ja, wir haben verkackt. Liegen wir alle? Ja, wir sind verkackt. Ja, deswegen sag ich ja, du... Na ja. Flucht ist aber möglich. Steht da. Gehört auch dazu. Ja, genau. War ein netter Fuss. Ein sehr netter. Ja. Keine Erfahrungspunkte. Jetzt will ich welche von dir haben, Henry. Muss ich auch so. Du hast das vergeigt. Jo. Bestimmt. Na, gut. Nee, die kamen über diesen Balkon oder was. Das da war ganz viele. Das war nicht beherrschbar. Ja, gut. Achso, ihr geht noch weiter. Wir können es nochmal versuchen. Ja, okay. Ich habe jetzt gestoppt, aber ist egal. Wir nehmen jetzt einfach weiter auf, ne? Ja, okay. Ich muss aber noch kurz hier was tätigen. Dann dürfte ich mal auf die Toilette. Genau so geht es mir. Na gut, dann machen wir jetzt hier einen folgen Stopp. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.